Hey Leute, oh what the fuck? Was? Nein! Warum laufen alle mit Shotgun rum? Ja, frei für alle! Alter, nimm's jetzt gar nicht. Oh, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Das passt uns irgendwie zu der Ansage. Ja, dann heul doch! Jonas versucht ein bisschen zu provozieren. Bitte? Der fragt! Oh ja, ich hebe mir immer die Remington auf, ne? Du hast mir ja keinen Millimeter geguckt, ob wir zu laut oder zu weit sind, oder? Nö, das war ja letzte Runde schon okay. Ja, bei Lukas vielleicht, aber bei mir nicht. Ah, keine rückt sich auf Falisse. Ist ehrlich so. Nein! Hallo? Alter, Lukas wirft schon wieder mit seinen komischen Dingern rum! Nein, das bin ich. Nee, ich bin das auch mit meinen Ü-Eiern. Ich kann ja mal meine Ü-Eiern jetzt zeigen, Alter. Da wollte ich dich knife-runnen. Das Visier ist aber auch echt. Er hat das MMS drauf, der Gaylord. Ernsthaft? Na, hört ihr mich noch? Hallo, hallo. Ich hab auch Verbindung. Oh, diese Scheiß-Lobby. Oh Mann, ich war Zweiter. Egal, ich geb kurz jemanden Instant Headshot. Geil, meine Muni geht nicht leer. Nein, meine Munis alle. Jetzt müssen wir seit gehen. Okay. Oh, egal. Dann machen wir direkt nochmal. Okay, Joint hinterher. Okay, ich schwinde hinterher irgendwas. Ja, sind noch ganz viele Plätze frei. Ja, bin drin. Das ist ja jetzt nubig gelaufen, Alter. In der Aufnahme. Ich bin fürs Express. Oh, ich hab ja ne Shotgun-Klasse. Ist ja heftig. Endlich hab ich wieder meine M27. Ich fühl mich vollkommen. Luka, äh Moritz. Du musst die TAC mal ausprobieren. Die TAC ist so ne übertrieben geile Waffe. Ne, ich spiel mit der nicht. Genauso wie die Five-Seven. Die Five-Seven kannst du richtig gut auf Distanz. Ich werd mit der Waffe nicht spielen. Mit der Five-Seven? Oh, wollte ich gar noch ein Reflex, wie sie draufpasst. Die TAC ist Hammer. Ja. Ey, in diesem Video, ne, das müsst ihr euch dann auch nochmal angucken. Das ist das Battle, in dem der Felix so ausrastet. Willkommen auf keinen Channel unter uns. Schönen Dank an Felix. Wie ist, du musst mal nochmal ein Dank geben schreiben. Für das schöne Material. Ich weiß ganz genau, was Lukas tun wird. Er wird sich gleich in sein Mittelhaus verziehen. Nö. Alles. Alter, du hast ein lecker Lobby. Jonas! Moritz! Oh, Mann! 간! Das ist halt scheiße. Oh, Jonas. Oh, Spaß. Ja? Hast du einen Winz gemacht, oder was? Diese Mg-Pobbies, ne? Mann, da hat schon einer 10 Kills. Und die Runde, in der ich gewonnen habe, die habe ich nicht aufgenommen. Ja, als ernsthaft, wo ich Zweiter war, oder hast du die aufgenommen? Neben, letzte Runde? Da warst du nicht Zweiter. Ja, ist klar, Jonas. Da warst du gar nicht drinnen. Da warst du gar nicht drinnen. Neben in der Runde? Newtown, klar war ich da drin. Nee, das meine ich nicht. Da vor, als du noch wegen deinen Handelscheiben da gelabert hast. Alter, Jonas. Ha, ha, ha. Missgeburt. Was denn? Lol. Der Flora. Moritz, wirst du manchmal ein bisschen beleidigend? Was willst du denn? Gegenüber deinen Mitmenschen? Ich doch nicht. Scheiße, Moritz. Na, haben wir wieder Minen rausgepackt in den Lappen. Ich höre das gerade nicht. Leidig mich nicht gleich. Oh, Mann. Jetzt wurde ich... Jonas. Ja. So. Ich glaube, jetzt mal Takt 45 rum. Gleich. Na, scheiße. Oh, ja, genau. Ja, der eine hat einfach schon mal 22 Dings. So, der eine hat in den Zug reingesprungen. Mit 80. Ach, ich glaube, der wollte raufspringen. Wo bist du? Lukas ist wieder in der Mitte. Lüge. Wie können die denn Orgen... Ey, der steht 25 0. Wo ist denn der? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Ich glaube, der hängt da unten bei B runter. Um. Ich glaube, das war gerade sein erster Tod. Sein zweiter. Mann, Lukas. Das ist richtig armsehlich, wie er jetzt anfängt. Sobald er seine Waffe hat. Jetzt können wir ihn endlich wieder flamen. Oh, ist das schön. Mann! Du Hure! Jonas, laufst du denn auch... Das ist kein Spaß! Wo ist der denn, Jonas? Da unten in der Mitte! Nein, den Headshot habe ich mit einer Granate rausgeholt. Ja, ich habe keine Granaten, ey. Wie, das ist kein Spaß, Jonas? Das ist echt lustig! Ach, du nimmst ja auch, ne? Ja! Weil du einmal gut warst, oder was? Ja. Nein, weil ich dich... Wie der mich jetzt einfach schon überholt hat. Durch seine Bimbo-Waffe. Aufläuft. Aufläuft. Ja, ist klar! Weil Lukas mich da vorhin so heftig gekillt hat, Alter. Ja, genau, ey. Die wird hier mal ficken müssen. Ich habe gerade auch einen MG aufgenommen. Das ist ziemlich geil. Ich bin nicht schnell rübergerollt. Du warst wohl zu fett. Jonas, ne, was, was? Das ist der Typ mit dem MG. Das ist ein richtiger Bimbo. Kann ich die Spawn campen. Das ist auch so ein richtiger Bimbo. Ja, Mensch. Ich klatsche mit der Birne, der ist noch mal weg. Nein! Na, Jonas? Alter, der mit dem MG. Ich renne da gar nicht mehr hin zu diesem AMK. Fotzen. So, Entschuldigung. Entschuldigung, was sagt er. Ach, lebt mir doch. Sackgesicht! Ich habe die ganze Zeit nach drinnen geguckt. Wo ist denn dieser AMK? Der campt da in der Mitte einfach. Also da. Ne, in der Mitte ist falsch. Schossen. Nein, du rückst. Alter, dieser AMK, ey. Ja, Lukas, du letzter Bobby, Alter. Lern mal spielen, ey. Und damit ist es auch noch besser, ne? Ach, komm. AMK, Hübruch, Sack. Ja, ehrlich, der hat mich auch gerade gekillt. Ja. Boah. Stehen da zwei Leute, ne? Ja, was war das denn? Lukas! Ja, Schatzi. Halt deine Fresse. Wie der schon sieht, ne? Dass er eben seinen Bindern... MAAAANN! Ich hätte es gerade geschafft. Letzte Campion im Spiel. Von wem redest du jetzt? Von Lukas. Von wem sonst? Ja, der ist da immer noch drin. Mann, ey, ey. Das macht keinen Spaß, wenn du so campst. Ja, ich bin doch irgendwie... Meine Muni war fast leer. Was hätte ich machen sollen, als einer Treppe stehen? Das ist mein letzter Scherz, ne? Du gehst mir so alt auf die Eier, Junge, ey. Du campst wieder, ne? Camp nicht. Ich beweg mich im Kreis. Ja. Wow. Dann machst du... Mehr machst du aber auch nicht im ganzen Jahr, ne? Nö. Ach, Mann. Ich hab's nicht lacht, ey. Du bist aber dritter, ne? Du bist ja eine BIMO-Taktiker. Ey. Ich bin um den Kreis gerannt. Der... Der ist so hardcore, ne? Ach, nee. Das ist der AMK. Nee, ich hab mir alles zurück. Aber dieser, ähm... Doch, dieser Strix. Der hat immer mal 360 versucht. Ja, dieser Spasti! Du kannst ja wagen, ne? Wollen wir mal diese AMKs zu mir... Wie geht das denn noch? Herausfordern? Ne, ne. So, was hat Lukas denn für eine KD? Oh, wow, 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 wow. 0,82. Merken wir uns das mal? Jetzt gehen wir mal zum lieben Moritz. Oh, 0,77. So. Und wer jetzt meine KD richtig in die Kommentare schreibt, dem... Der darf mal mitspielen. Okay, das will eh keine Sau, aber... Sag doch auch mal was! Also, Jonas hört jetzt mal ganz genau zu, der hat eine 1,10er-Quote. Äh... Äh... Jure, das hat jetzt keiner verstanden, ne? Es sagt nur 1 oder eine 10. Ja, 1,10er-Quote. 1,10er-Quote, dachte ich. Oder was? 1,010. Oder doch 1,010. Oder doch 1,010. Ja, du hörst mal richtig spielen und holst den Autophanac. Ich hab richtig... Oh, jetzt geht's los. Das sieht man daran, dass meine KD besser ist als deine. So? Ja, durch Campenprogramm. Soll ich auch mal campen? Ich bin um Kreis geblieben. Moritz, komm, wir treffen uns im Camperhouse hoch 10 auf dieser Map. Welches meinst du? Kirche. Schießerschnuppen. Ja, genau das da. Jetzt Arsch. Okay, Jonas, komm, das hinten, ne? Wir kennen uns doch nicht, ne? Ne. Erkillt mich vorher, wir werden erkillt mich. Da ist auch schon, erkillt mich gleich. Ich mach nichts. Ich wette, der Messer hat mich gleich. AAAAAAAA! Ach, sogar nicht mal du! Hä? Wer ist denn jetzt gerade rangekommen? Ich schwör dir, ne? Ja, was schwörst du mir? Die Bruderschaft? Wo ist der Wichser hin? Bleibt da? Welchen Camperhouse seid ihr? Deine Mutter. Oh, Lukas, was tust du, Mann? Ey, Moritz, das musst du dir angucken später, Mann. Und gerade fragt er noch, in welchem Camperhouse wir sitzen. Ja, was? Ich hab jetzt meinen Allrounder-Scanner rausgeholt. AAAAAAA! Meine Mine! Ey, der tut mit seinem MG, Alter! Ja, der ist klar. Auf... All... Ist klar. Der mit diesem L-Sat? Mit dem... Mit dem... Diamant? Ja, lass mal nach der Runde hier rausgehen. Okay, das bringt nichts, Leute. Ich muss jetzt mal wieder vernünftig spielen. Das wär auch schon besser. Moritz, nicht im Haus campen. Ich campe nicht im Haus. Oh, Lukas! Ja, sorry, das... Dachtest du wohl, ich hab das nicht mitbekommen, dass du auf mich geschoss, ne? Moritz, nicht sterben. Ich sterb mich gar nicht. Nein, du... Oh, Lukas. Alter, ich steh 0... 1-9, ey. Immerhin nicht zu 0. Immerhin nicht zu 0. Ey. Genau, Norbi. Ich sag, Bro, dass es kein Loads da ist. Von hier ist die ganz... eigentlich besser. Oh, man. Wetten wir, die sprechen sich ab, Alter. Ne. Ich bin ja nur so im Clan. Jonas, du warst doch die ganze Zeit. Was? Du warst doch die ganze Zeit, auf den ich geschossen hab. Da oben auf dem Dings drauf? Ja. Auf deine Minen da reinzuwerfen, Jonas. Nein! Nein! Ah, aber ich hab... Ja, ich weiß, ich hab auch ne Böhmbo-Klasse. Oh, scheiße. Alter, ich steh 8 zu 10, das gibt's nicht. Doch. Bei Roller. Ja, mach erstmal schon Schleichwerbung für den Lappen. Hä? Ja, das... Das piekst du einfach so raus mit dem Fernsehnpiepen. Deine Stimme ist ein Piepen. Nein! Moritz, äh... Ey, wisst ihr noch, der mit der tiefen Stimme ist Moritz, der mit der normalen Stimme ist Jonas, und der mit der hohen Stimme ist Lukas. Ja, hat aber auch recht. Ist klar. Ja, hab ich auch mit Absicht rumgequietscht. So, hat die Stimme der für Jonas. Du hast das gerade schon wieder... Ja, tu ich. Oh Gott. Ah, der mit dem... Jonas? Der mit der MP7. Ja, ich dachte grad, das wär schon wieder der mit dem... Jonas, da kommt jetzt einer. Oh, meine... War das meine Mine? Der hat mir mit meiner Mine einen Headshot gegeben. Nice. Nein, hast du nicht. Du wirst von einem gekillt. Alter, das bringt's richtig, die Mine mal in so eine Hütte reinzuwerfen. Ja. Ja, weil Lukas da irgendwann immer durchrennt. Ey, ey. Wie verspielt denn der das am G, ey? Schalldämpf von Frontgriff. Nein. Ne, Schalldämpf von schnell ziehen. Ja, ist klar, dieser Soul ist, ne? Und schnell ziehen braucht man auch auf dem Team, ne? Wird da sehr gar nichts mit anziehen, denn... Alle zehn Jahre mal vielleicht. Alle drei Runden. Ist ernsthaft so. Ja, wir werden immer was anderes spielen. Wo ist das sowas von ihm? Oh! Immer... Ich kill grad zur Zeit nur diesen Headshot, ne? Alter, ja, 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 ja. Ich hab noch nicht einmal das gesehen. Leute? Doch, klar. Nein, gesehen nicht. Gekillt hast du mich auch noch nicht. Ich? Ja. Stimmt. Da wurde mir der kill gestillt. Zurzeit sehe ich dich auch nicht mehr. Dann fand ich dich Mobe zwei. Kloppen. Er war in diesem Haus. Jonas. Lukas. Oh, nein, Alter. War doch noch einer. Ohne wird sich tu hier was für die Allgemeinheit, ne? Ach, komm. Ja, wir haben auch was für getan. Ja, ja. Hä? Dass der von der Mine nicht gestorben ist, wundert mich. Ich hab den Energie genug gekekt. Burnwoods ist kekt. Krieg aber nicht. Nein. Nein. Lukas, bist du grad vor mir weggesprintet? Nein. Na klar bist du das. Nein. Ah, nee. Der bin ich. Lukas! Ja, ich hab dich grad schon richtig gefreut. Ne, ich hab ja auch noch sehr viel Probe. So. Wetten die jetzt geil an alle dahin, wo die Vorräte hinkommen. Ja, und ich sterbe auch gleich. Und meine Vorräte sind weg. So ein Headshot-Typi, ja. Gönnt ihr euch wenigstens. Das ist eine Fairland-Kladung. Ach, nö. Die brauch ich nicht. Äh, ich hab sie. Und stirbst. Egal. Allein, dass ich da zwei Leute gesnackt habe, und es geschafft habe, die Vorräte zu holen. Finde ich geil. Ja, komm mal hin. So ne Spielmodus. Boah, wie die Mine da schon liegt. Ne, ich krieg schon zu viel. Ach, meine... Maaan! Uuuh, okay. Oha. War nicht lustig. Oh, Murat, sag doch noch, ne? Nicht die Mine da schon zu viel. Nee, ging da. Ich glaube, sie ist auch gar nicht. Ja, ich dachte, die wäre schon hochgegangen. Aua. Gar nie. Nice. Nein, stört doch einfach. Hey Moritz, nenn du dich hier mal Schorze. Das ist mir richtig geil. Schorze. Nehmen wir eigentlich noch auf? Ne, klar. Die Runde mach ich noch her. Ein Jonas, lass mich doch. Ich wusste genau, dass du das bist. Mann, Leute, die Runde könnte ich gewinnen. Nein, tust du aber nicht. Zack! Oh, Junge! Gegen diese zwei Typen, Alter. Ey, die sind Schaschak da aus den da hingebombt, ey. Duck Aim, Leute. Ja. Dein Bruder ist schon wieder mit dir. Was will der hier? Naja. Geil. Okay. Joa. Das war's dann aber auch wieder. Was denn? Wartet mal, was ich freundlich schaltet hab. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.